Wir sind hier in der Marikade Gesamtschule in Bonn am Rhein. Wir haben unser Schulkonzept an unserer Namensgeberin orientiert, das heißt wir stehen für Courage. Schule muss Mut machen, um die Kinder einfach stark zu machen für ihr eigenes Leben. Viel Spaß auf der MKG wünscht ihr Luis. Sehr gut. Der Profilkurs Fotografie hier, das ist eigentlich ein fortlaufendes künstlerisches Projekt. Das Tolle an der Fotografie finde ich, dass man seine eigenen Ideen eben einbringen kann und experimentieren kann ein bisschen. Die Marikade Gesamtschule ist eine Schule der Vielfalt. Wir haben unsere Treppen in Regenbogenfarben beklebt. Wir möchten einfach, dass diese Differenzierung zwischen den Menschen, die oft gemacht wird, dass es einfach aufhört. Jeder kann so sein, wie er ist und wird auch so akzeptiert mit all seinen Eigenheiten, die jeder ja von uns auch hat, auch wir Lehrer. 3,16. 3,16. Momentan machen wir Deutten. Deutten ist ein reformpädagogisches Modell von einer Schülerin von Maria Montessori in Amerika entwickelt. Es ist ein Lernzeitensystem, wo Schülerinnen und Schüler selbstständig wählen können, an welchen Aufgaben sie arbeiten, wo sie arbeiten und mit wem sie zusammen arbeiten. Deutten bewirkt, dass man selber planen kann und selber weiß, was man tun will. Mir fällt auf, dass hier besonders die Lehrer sehr schülerorientiert sind. Hier wird halt gelernt, dass wir miteinander kommunizieren. Sodass man hier als gestärkte Persönlichkeit rausgeht und nicht einfach als sein Wissensspeicher. Und man ist in der Lage dazu, dieses Wissen noch anzuwenden. Deutten ist super!